Herr Kuhlechner und sein Team versuchen seit Jahren Haftlinge zu akkulieren, die den Anforderungen haben. Diese Haftlinge, die wir hier sehen, sind unterschiedlich im Alter im Ausbildungsstand, sind alle vom Tierarzt inspiriert, nicht inspektiert, haben also eine tierärztliche Untersuchung und sie sind von ihrer Qualität so, dass sie zum Teil sofort in der Zwischenzeit durchaus Preise haben, die den Lohn der Züchter rechtfertigen. Früher hat man gemeint, Herr Haftlinger ist ein Auslaufmodell, kostet 1000 oder 2000 Euro, aber heute kostet eine Präsidion, eine Präsidion, die die Familie entgegen sichert, die was macht, die Freude macht und die Zissbach verzinkt. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Wenig, wen die viele Einsteigungen sind, die wir jetzt selbst in der Qualität leben, denn die die Kinder, die Kinder und die anderen, die sich für eine Schramme nicht mehr einfacher sind. Oder sie sich rechtfertigen, weil sie denken, sie haben sieüdisch wie eine andere Menschen festgehalten. Denn die Kinder wollen wir orientieren. never, 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 never.